... Normalerweise kann man durch offene Türen hindurch gehen. Mano. Okay. Machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Es lag am Niesen, Leute, ich sag euch das. Niesen ist nie gut in einem Kampf. Was ist denn das für ein Müll? Erstens, warum betäubt er ihn nicht? Zweitens, warum lässt er seine dumme Facke fallen? Und warum lässt er sich jedes Mal gleich niederschlagen? Und warum sind es so viele? Igni, Igni. Und warum haben sie so viel Leben? Mehr als sonst. Ich stehe ganz woanders, aber schön, dass du mir das Bild nochmal zeigst. Ich muss hier raus, ich muss hier raus, ich muss hier raus. Ich bock, Ben. Danke. Und wieso bin ich so leichtsinnig im Dark-Mode? Dankeschön. Stresst schon ein wenig, aber gut, jetzt haben wir sie alle plattgewalzt. Das war noch eindeutig mehr als im letzten Weg, oder? Fesseln. So, das Öllager. Ist diesmal nicht unsere Fahrkarte nach draußen, obwohl wir natürlich auch die Ölfütze anzünden könnten. Wir tun's aber nicht. Ja. Offensichtlich werden uns hier gerade zwei Wege angezeigt. Aber mal dieser silberne Pfeil und der goldene Pfeil. Wir treffen Schillard scheinbar in dieser Waffenkammer. Das werde ich jetzt mal wahrnehmen, dieses Treffen. Mal sehen, was er uns zu sagen hat. Aha. Mit der Baronin sogar. Komm her, Master Geralt. Allow mich, die Baroness Lavalette, Mutter zu den rechten Kindern, die im Präsent des Passes ihrer älteren Sohne, M'Lady. Ich befreue die Baroness mit der Erinnerung, dass das Haus Lavalette nicht mehr zuzweifeln muss. Sein Zukunft ist deutlicher, weil es sich durch das Empire of Nilfgaard befindet. Aha. Hast du meinen Sohn, Arion? Ja. Er hat mir keine Wahl gelassen. Im Grunde, ja. Ich hatte keine Wahl. Er wusste, was kann passieren. Wenn eine Sorge zu ziehen und beginnt zu schwingen. Er hat die Todeskirche über Schäden. Stabend wie sein Vater und Großvater vor ihm. Höhung über alles. Wie hat er sterben? Hat er zufangen? Nein. Ich glaube, er fühlte sich das letzte Blut. Dein Sohn hat Elfgaard verachtet. Ja, das werde ich jetzt sagen. Frau Lade, ich würde nicht den Ambassador glauben, wenn ich Sie waren. Master Geralt, lass uns ernsthaft sein, bitte. Lass ihn sprechen. Ich wünsche, das zu hören. Ich wusste nicht, dass ich Ihren Sohn wusste, aber ich wusste, dass er das Empire als ein Feu, wie der King Foltest war. Du hast keine Ahnung von den Events transpieren in der Kingdom. Du hast keine Ahnung von Kimbalt, Maravel und ihre Ilkhaar-Kapabel. Meine Aufgabe ist, dass er die Kinder für die Kinder und die Kinder und ihre Sicherheit ist. Und wenn ich, auch, sehe ich ein Pakt mit Nilfgaard als ein Pakt mit dem Himmel. Ich fühle mich, dass ich keine Wahl habe. Außerdem, kannst du sagen, dass du wirklich den König kennst? Gut genug, um mich an meine Worte zu überzeugen zu sein. Wahrscheinlich? In diesem Fall. Welcher Mann war er? Ich wünsche dir, dass du deine Sicht kennst. Voltais war eigentlich ein guter König. Würde ich sagen. Wo suchst du das denn? Das ist, m'lady. Er hat alles, was er konnte, um zu beschützen und zu beschützen. Der Bund hat unsere Schuld. Es scheint, dass ich, auch, glaube, dass du nicht schliefst. V.B.: V.B.: W.B.: 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 Ich glaube, dass du mich von Reptilien wie Kimbald und Maravel beschädigst, wenn du auf der Noten der Verzweiflung von der Pris-Garren schläfst. Mälder, ich werde tun, was in meiner Macht ist. Gib mir einen Moment, Witcher. Dann geht's zum Hauptgarten. Hm. Muss ich nichts von halten, aber... Ich gehe mal zur Seite. Hoffentlich sehen die mich nicht. Ich bin ein Meister im Verstecken. Oh! Jetzt können wir auf einmal sogar durch Zuertüren gehen. Was ist das denn? Ja, diesmal sind wir auf andere Art und Weise aus dem Kerker gekommen. Ich denke, das ist mal ganz interessant zu sehen. Und nun sind wir hier. Oben. Halt! Oh, blimey, ist das du, Witcher? Und wieder der Kleine. Well, I didn't. And I'm going to prove it. I'm inclined to believe you. Glad to hear that. It'd be pretty stupid if I had to kill you now. Did all the Reavers survive the assault? Aye, they've been drinking themselves silly for two days now. I believe I owe you something. You don't owe me a thing. We wound up in a boiling cauldron during the assault. You know how it is when knights get caught in a tight passage. Nowhere to go. Those in the back push forward. Those in the front are stuck. And halberd blows raining down from above. I'd have been crushed if not for my armor. And about ten blows landed on my helmet. My ears still ring and I puke time and again. But I live and breathe. Concussion. It'll pass. Were you on patrol with the Reavers when they ran into those Scoia'tael? Aye. Kenneth mentioned the unit was especially vicious. Notice anything out of the ordinary? A unit emblem or something? Right you up. They had masks made of a cloth of special forces uniforms. And they hollered a lot. Yorvath or some such. Hmm. Where did the dragon come from? I've no idea. But it saved our asses. The elves ceased shooting at the sight of it. Can't tell you anymore. As we fled right then as if the devil himself was on our tail. Take this. Kenneth told me to study up but I've not the mind for it. Just not cut out of your dragon commander I guess. It could be useful to you though. I need to go. There are sentries on the dyke. No way you'll slip through. Can you distract them? Uhm. I'll try. But remember. Count me out if there's a fight. In fact we could end up false. I hope not. Go. Just give me a minute. Go. Harold. Over here. What are they doing? Oh, there. Oh, there. Oh. Triss. Oh. 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 So, und damit endet auch dieser Weg Bis zum nächsten Mal